Der Eishockey ist zwar ein Männersport, aber wir haben heute einmal ganz speziell die Damen gefragt, warum sie so gerne zum KAC und zum Eishockey gehen. Es ist einfach die Stimmung und einfach das ganze Flair, das da ist, das nimmt einfach an mit und es macht so eine Freude, immer da zuzuschauen, finde ich einfach. Und ich finde, man lernt einfach immer so viele neue Leute kennen, es macht einfach echt eine Goude. Ja, einfach, weil es Spaß macht zuzuschauen und es auch spannend ist und man dann in der Schule zu erzählen kann, dass man was weiß und so alles, ja, es ist einfach cool zuzuschauen. Weil mir der Sport taugt und weil ich gerne reingehe. Und die Fashion-Buhmann? Die brauche ich nicht, weil ich bin verheiratet und bin schon Urgroßmutter, brauche ich keine Fashion-Buhmann mehr. Es ist einfach die Spannung dahinter, die da einfach mich spült, es ist eine Härte drinnen und es ist einfach eine Goude herinnen mit den Leuten. Und angefangen habe ich, als ich kleiner war, mit acht Jahren bin ich zum ersten Mal herinnen in der Halle gestanden und seitdem hat mich das nicht mehr losgelassen. Und das macht mir eigentlich jedes Spiel total viel Spaß, mitfiebern und das Fernsehen genießen. Du lebst ja herinnen die Leidenschaft aus. Dieses Kämpferwesen von den Spielern, das imponiert mir einfach und das macht mir einfach eine Freude, dass man gemeinsam eine Spur, ein Interesse auslebt.